Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Minigames und heute spielen wir Dragon Wars, da muss man eigentlich PvP kämpfen, was ich gar nicht kann und hat zwischendurch einen Drachen, auf den man reiten kann, mit dem man anderen Leute abschießen kann, was ich nicht kann die Runden dauern glaube ich 5 oder 10 Minuten, das heißt wir werden entweder 4 oder 2 in dieser Folge machen ich denke mal davon werden wir auch in allen Folge machen wie von Endersplief, weil das einfach und sonst wird das auch zu 4 werden in dieser Reihe, wenn ich es so geplant hatte, insgesamt 20 Folgen für, ich kenne das doch irgendwie mehr, das Muster äh, das ganze Ding, ne, das ist also so, eliminate other players in order to be able to call you to Wagon and Zenduiania Tower abbrengen da fängt schon an na, ist super so, scheiße, ja, da bin ich direkt gestorben, das ist super ah, da ist jemand im Haus, danke schön äh, wub, 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 wub ja, wir haben hier auch, na, wie ihr seht, diesen Sprengstofffest durch diese Lohnroute symbolisiert vielleicht kann ich aber auch nicht mit umgehen, also, von daher, macht das nichts nein ich hab ein, kein Kill, ok ja, ich dachte, ich würde wenigstens ein Kill gehabt, das wäre zumindest ein bisschen Bestätigung gewesen für mich habe ich nicht ich kann halt kein Player vs Player, das ist, sowas kann ich nicht ich bin halt ein flieglebender Mensch sooo mein Drachen ist bereit, ja, 30 Sekunden, ja, das ist schön wie soll er keine Rüstung gehabt, achso, weil er den Drachen gerufen hat, ok ja, man sieht nicht, wenn man jemanden tötet, dann ist der Cool Down, das ist mein Drachen nicht auch geringer ich nutze nie diese Heiltränke, das ist mein Problem, glaube ich oh, 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 oh Wow, Deckung mit Deckung. Wie viele Leute unterwegs, ich weiß jetzt nicht. Wie viele Dreckungen haben wir denn hier? Ja, okay, ja, können wir machen. Das Guy ist voll, ja. Full of Stars. Okay, das wusste ich auch nicht, dass es da die Grenzung gibt. Komm ich da irgendwie ins Haus rein? Boah, jetzt schon. Oh, hör doch, erst mal schlafen. Ich kann hier nur nachts schlafen. Ich kann auch nicht sleep at night. Nee, dich habe ich doch schon mal getötet, Luca Will. Oder? Das ist nur so eine Täuschung. Na. Ah, das ist doch kacke. Hab ich überhaupt, ich habe zwei Kills. Wow. Na, super. Wow. Okay. Ja, ich bin super. Ich bin echt super. So, jetzt kann ich aber fliegen, oder? Ja. Auch das kann ich übrigens nicht. Wie lange ging jetzt hier unten? Und scheinbar 10 Minuten tatsächlich. Wenn wir jetzt einfach auf die Leute ballern, das ist, äh, ob ich da ein paar mehr treffe, weiß ich auch nicht. Das Ding ist, die sind auch so weit weg. Und einzelne Leute sehe ich hier immer nicht. Sind wir im Drachen, bin ich auch echt nicht besser. Wir springen mal in der Hauptsache noch Heide. Okay, ich glaube, ich habe nichts, der hat gar nichts gebracht, dieser Drache. Gar nichts. Und der Blume. Wo sind die Leute? Da hinten. Das ist, ähm, da kann ich da rein. Ja. Ein rein, oder? Hallo. Ja, das wird es gebracht. So, hier, den ich werde verfolgen. Tank Bruno ist zwar der zweite, aber macht ja nichts. Ich habe bestimmt ganz viele Skills gegen den. Ich bin so schlecht, ne? Zu cool, man. Buckt er, oder? Was ist los? Nein, ich habe gebackt. Okay, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich lang. Das ist schön. Da sehe ich doch auch schon einen Gegner. Ah, dich. Oh Gott, das ist ja eine Orgie da richtig. Da wird ja richtig einer in den anderen reingerangt. That's what she said. Lukas will fight. Ist das nicht hier einer der... Äh, will fight. Okay, ich habe einen dritten Kill. Hey, mein Pulldown reduced. Ach so, ich habe assisted. Ja, ich habe mich ja auch so oft gefühlt. Ja, nochmal kriege ich den ja eh nicht, glaube ich. Let me catch you, Master. Das erinnert mich an Shades of Grey. So, der Drache selbst stört mich aber ein bisschen, wenn ich hier so gut fliege. Äh, was sind die Gegner, ist die Frage. Äh, ich sehe keine Gegner am Boden. Da hinten. Das ist sehr schön. Habe ich jemanden getötet? Ich habe Lukas Will getötet. Natürlich. Das heißt, wenn da noch irgendwas gerade hochgehängt ist, dann sind die da auch. Sehr schön. Hä? Hey. Ich habe ich doch. Ich sehe dich doch. Tier V-Player. Schade. Dass die Explosion nicht gewaltiger sein kann. Und ich habe jemanden umgebracht. Damit bin ich nicht ganz ruhig. Zwaau. Was? Hitler Blast? Nee, Hitler Blast. Ich habe mich gerade irgendwie gewundert, aber ich habe mich irgendwie verlesen. Nein. Aha. 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 Ich habe mich. Was ist das denn für eine Kacke? Lukas Will. Nicht duschen wieder. Das ist doch Kacke. Der Typ. Lukas Will ist der zweite. Habe ich den noch getötet? Ich glaube ja. Sechs Leute tatsächlich. Good game. Das hat doch Spaß gemacht. Lukas Will. Da gehe ich gleich in die nächste Runde rein. Bei Fredrick Schuppin. Wieso kommen die denn jetzt alle plötzlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Dring Wars. Dring Wars. Dring Wars Set. Nun, Lukas Will ist hier nicht. Tränen sich zu testen. Das ist hier ein Mädchen. Und noch ein Mädchen. Und Zelda. Also Link meine ich. Glaube ich. Und. Der Typ aus. Ich einfach mal verweste ich, oder? Ich einfach mal verweste ich, oder? Ja. 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 Cool. Ja. 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 Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ok. GAUS. Never Stomp. Hier hat er zu viel Auf Duty gespielt. Woooow. Na, klasse. Oh Gott. Oh Gott. Die Ordie. TRV Player... Ach nein. nein, nein, den krieg ich eh nicht, der ist so gut für mich, wow, was habe ich denn jetzt, oh wow, wir sind so hoch geflogen, ich habe mal Assistant gemacht, ok, war klar, aber habe ich bewusst gemacht, Jumping Dams, ist ja schön, nein, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich nicht, wow, ich dachte, wow, guter Kill, guter Kill, ah, da im Haus, nein, Jumping Dams, ich weiß, dass ich dich kriege, du, 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 scheiße, ist das das Haus, ach, Jarlund hat mich getötet, ja, Jarlund ist, äh, der Jarl von, und, ein Drachen ist, wenn er, na, klasse, raus, ich habe meine Chopper name, töten will, so, Waven Ressler, mhm, NLG, naja, Niederländer, die sind, die Niederländer ist eigentlich schon besser, finde ich, obwohl ich es nicht weiß, da kenne ich mich nicht aus, nein, du warst auch so weiter, reich, echt jetzt, ja, dann greife ich halt Frauen an, so, viel fair, geht doch, wow, 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 ich habe so viel, das ist jetzt, das bringt gar nichts, wow, eine Ork, ja, da gibt mir doch fast der Name, war der nicht in der letzten Name, war er auch? Nein, 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 ja, nein, nein, ja, ihr werdet alle sterben Nein Muss ich erstmal Ja okay Tamago Tamago Okay Okay Cool Kann ich ja jetzt heilen und in die Lüfte Ich kann nicht in die Lüfte Ja, muss ich halt den Jason töten oder getötet werden sucht ja aus na klar, fahren wir jetzt weiter XF been detected, was? da gehe ich erstmal in die Luft endlich das Jalo und wenigstens tot ich kann den aber auch gar nicht steuern naja, vielleicht machen wir jetzt mal ein paar Kills ich glaube, da zwar nicht dran, aber wo ist ein Jahr nach? ja, wird das jetzt? oh Gott das werde ich alles zerstören ich habe gar keinen 1 zu kill gemacht natürlich dieser Drache ist eigentlich spinnlos habe ich das Gefühl ok, der nächste Drache den muss ich recht früh nehmen dann habe ich vielleicht noch die Scheiße auf dem zweiten so, äh, äh, äh äh, uh, wo bist du denn? ah, nein, äh, nein äh, Junking Daphne ich weiß, das ist so ein Kack-Vornamen, ne? Daphne zu heißen Daphne 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 Nein, nicht der Jalund Bist du zwei Sekunden da, ist das schon mal gut das gut vielleicht kann ich nicht Jalund Jalund Daphne Daphne jetzt gehe ich erstmal hier drauf und gehe ich in die Lüfte so natürlich werde ich angegattet, das ist doch kein Dreifstil die Menschen greifen ein einfach Grundloser ich habe mir noch gar nichts getan, als ob ich sie angegriffen habe wo, 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 ey jetzt die Sniper oder was ist los? was? ah so yes 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 also B-b-b-b-b-b-b-b-jOURN NEIN 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 Da hätte ich das eh lustig finde ich könnte in der ganze Zeit ihr seht das Video, dass ich nicht hackiere mitgных da ich finde es doch lustig ich bin doch eh zu schicht dir anscheinend nein ich muss meinen Trüffern gehen ja Bombardement genau ich glaube ich kriege aber nicht den nächsten ist glaube ich so eng wo sind die? alle in der Luft? oder was ist los? ne den Dom will ich nicht treffen das ist doch unglaublich ich bin so gut das ist äh ist ein Traum ich dachte wir ja sind aber das war ja nicht so ich hab das immer bei 7 Stunden mit den Packern so ich bin getwittert neun das war ja und wahrscheinlich ne du bist doch so ein Dreckskerl ich hab ja mit Assisted 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 will ich beim Niederländer getötet werden Scheiße oh Gott oh Gott gut dann haben wir das zumindest ich hab neun kann ich das ablegen tatsächlich keine kann ich nicht krieg das wieder ja haben wir Dragon Wars gespielt ist jetzt nicht so das Beste finde ich aber naja bis dann und tschüss wow a